hallo und herzlich willkommen zu let's build minecraft um ich bin nicht alleine bei mir ist auch noch ein paar andere wie man jetzt hier ganz schön sehen kann nämlich der powershark und das Gurke DX ich grüße euch hallo hallo so und wir machen jetzt einfach mal hier so let's build minecraft map wir erstellen hier komplett mit städten und so weiter wenn wir dann fertig sind was wahrscheinlich nicht der fall sein wird kriegt dann die wir auch zu download du bist schon ein idiot ja ist mir auch aufgefallen wir bräuchten echt noch magic carpet als plugin ja tut mir leid das habe ich ich habe zwar drauf gemacht aber irgendwie möchte das nicht du bist ich weiß schon nicht joh, ne Budi mhm Budi du bist nicht joh so da gib gleich mal ein Slash an du nö wieso ich will doch bis alles bis oben alles bis oben gesteinern ich will alles bis oben gesteinern warte du bist du oben warte du bist du oben warte und hier so so und so will ich es haben ja warte und jetzt hier die Begründung, warte warte das ist voll unnötig warte mal ach so du willst es innen drin auch Stein haben ja ja sag das doch so das passen ne das ist schon Maschinen verlegen so ne warte 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 jetzt kommt die Arbeit Aktivierungsschiene what the fuck das ist diese wenn du ne ähm eine Schiene hast ne so ne Turboschiene und dann klickst du ne Aktivierungsschiene davor dann wird dann die Turboschiene aktiviert muss ich nicht darauf hin stellen ach scheiß ich hätte mir vielleicht noch Too Many Items installieren sollen das ist bestimmt weil wenn ich irgendwie am ach ja warte mal warte ich weil wir am Spawn oder sowas nicht mal aus hinstellen oder so ich tu mir grad mal bei Too Many Items äh ich lad mir grad mal Too Many Items runter voll professionell vielleicht gleich Set vielleicht kurz die Nummer für schwarze Feuer gucken das ist 35.15 ich bin ich bin schon wieder so heftig geil dass ich jetzt während der Aufnahme das runterladen muss wie kann man denn 35 und jetzt 15 35.15 ja meine ich ja ich glaub schon ich glaub schon naja schnit schnit Entschuldigung wut du wut 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 K und nun der Kölner wird noch mal kurz zur Info später kommt dann noch mal der Muffin Ralf dazu wer derjenige den keiner mag wenn er Zeit hat, wenn er es alles einrichten lässt ich glaube er hat auch die Idee dazu oder? ja weiß ich nicht wir wollen davon auch erst heute erzählen ja ja vielleicht sollten wir uns mal unsere Minecraft in-game-Namen sagen wer baut hier schrumm Alter? willst du mich verarschen? was willst du dich sagen? Fick dich Fick dich würde ich sagen unsere Minecraft in-game-Namen ja das guckst du die X das bin ich warum kann ich jetzt die Minecraft... jetzt, ich hab die Wüste da neben mir oder nur neben mir her fliegen ich möchte auch bauen aber jetzt muss ich erstmal hier vielleicht mach ich ein Intro oder sowas was dazu irgendwie mittel aussehen wird Moment mach einfach weiter, was du machst da ist der Konstantin Moment, wie ging das jetzt hier nochmal? ähm ähm Fick dich ähm Kommt davon, wenn man... kommt davon, wenn man... kommt davon, wenn man... oh man und... fuck ein Floor, ja ich bin afghane Aufnahme Fick dich ich bin immer afghane Aufnahme kennst du mich für die Zuschauer, das ist bestimmt echt spannend deinen Bildschirm zu sehen oder deinen einfach nur das aber deiner ist wahrscheinlich noch besser meiner ist der Geist von allen ähm ja, wenn man nicht der Geist von allen wusste nein, Pautakt der Juden und Tim? Tim? Ich habe gerade noch zu Mini-Items dass ich die äh Sachen von... äh so dass ich die dauert ja auch so lang, ne? Item-Sachen ab, ja Sollte ich eventuell auch machen ich hab zwar reiches Minimap, aber was anderes hab ich nicht ja Ich auch nicht Das wollte ich mir auch noch erinnern natürlich, wir waren natürlich wieder voll in die Legende haben wir uns super drauf vorbereitet ähm kennt man nicht anders heutzutage macht man das so man bereitet sich immer so super auf alles Ja ich muss mich auch mal super vorbereiten wenn ich dann immer am Knall haben wir jetzt kurz alle mal gelacht so Dürfen wir eigentlich Ding machen? Gedöns? Gedöns? Was ist denn das bei dir? Gut Eigentlich ähm Werbung machen Für was? Ja Abonniert alle Kanada 012 Ja Abonniert alle Kronk Nein für andere, ich mein jetzt nicht für Flo Nee für andere, nein Okay Abonniert alle Kronk Er hat mir da wohl 200 Millionen Euro gegeben wenn ich seine Arm erwähne 200 Millionen Ja Wir sind natürlich auf der Partenbank mit Gamestar und TNG und alles Ja Kronk natürlich Kronkpartner Ja wir sind jetzt jeden Freitag beim Weibchen dabei, ne? Schaltet ein, Freitagabend, 18 Uhr Selbe Stelle, selbe Welle Mit, 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 mit Tim Powershark Äh, oh das ist ja dieselbe Person mit Tim Florian und mir Mit Tim Powershark, oh Scheiße, das ist ja dieselbe Person Nein, ich bin eigentlich zwei Person Ja, wenn Tim überhaupt da ist, bin ich eigentlich, Tim ist ja wirklich Verzatschenkrumpe Und ich bin eigentlich Kronk Ja, das stimmt Also wir haben dann auch immer noch so Stimmverzerrer an Ja Ah, das hat sogar perfekt geklappt mit der Straße, ich bin einfach Boss So, ich komm mit dem Projekt Nummer 1, ne? Mach das Ich würde sagen, äh, kann ich den Dschöne bauen auf sich, also Aber in der Straße kommt erstmal was viel geileres, nämlich meine, meine geile Statue Ich finde irgendwo sollte jeder von sich selber auch nochmal eine Statue reinbauen Ja Ja Ich würde, ich würde gerne noch ein extra machen, aber ich weiß nicht, ob das so geil kommt Nämlich würde ich halt gerne noch die, äh, Ding reinballern, äh, die Mab-Firing-Range aus Black Ops 1 Willst du nicht? Doch, will ich so als Ding Ähm, als denn das? Als, nein, als Wüstenabteil gedöhnt Hammer Die Mab gar nicht mehr Wo ich Black Ops 1 auch relativ viel gesuchtet habe Ich hab Black Ops 1 nur auf PS3 manchmal gespielt Ja, du hast auch keine Ahnung vom Leben hast Naja, äh, ich hab's nur auf PS3 gespielt, weil ich das auf dem PC nicht hab Weil du keinen Skill hast? Ja, bestimmt Nö, weil ich mir einmal nicht gekauft habe Weil du einfach keine Ahnung vom Leben hast Weil du nicht, weil du keinen Plan vom Leben hast Okay Du hast zwar einen kleinen Lümmel, aber... Ja, auch nicht Den hab ich ja nicht Nö Ich hab das einzige, was in meinem Leben ist, ist ein kleiner Penis Ja Aber deine Mama ist trotzdem zufrieden Maa So Maa, das gibt's ja nicht, oder? Das kann ja wohl nicht wahr sein Jetzt komm ich auch wieder auf den Server Ich bau dabei mal den Spawn Oh, der Tim ist wieder da Oh, der Tim ist wieder da Lol, hier ist eine Straße Oh, ne, nicht sehr, Florian, ich hab gedacht, du hättest ihn gebannt, Alter Ja Warum hab ich hier Mannstiefel in meinem Inventar? Wo du keinen Skill hast? Vielleicht weil du keinen Skill hast? Ah! Lol Äh, ich hab kein Texture Pack drauf, fällt mir auf Äh, kein Texture Pack drauf, fällt mir auf Aber willst du mich verarschen? Die Zuschauer einfach hier ohne Texture Pack Ja, ist echt so, schäm dich Ich weiß Ich, 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 ich Ich tu sofort eins drauf, ich möchte kurz schauen, wie das jetzt hier ausschaut Hast du Zuschauer machte, die wir haben? Es tut mir leid, ich tu gleich Sparks PDCraft drauf Ich Sparks Tu gleich Sparks Mach lieber, warte, ich sag dir, wie es heißt, warte Geh Der, äh, Derivation Ist ein RPG-Texture Pack Übelstell Bestimmt Scheiße Gibt's ja nicht irgendeinen Block, der so einen strahlenden Himmel macht? Ja, warum schaute ich mir eigentlich alle beim... Ja, den mach ich dann so quer und mein Penis Warum schaute ich mir eigentlich alles beim Spielen, beim Bauen zu, warum baut ihr eigentlich immer selber? Ich hab keine Ahnung Ich hab nichts besseres zu tun haben Ja, das ist echt Ja, das starrt mich der Florian, jetzt starrt mich der Paul Ich hatte keine Ahnung von dem Spiel oder was auch noch Oh fuck, warum bin ich mit dir eingesperrt? Ihr wüsst einfach nicht mal, wie man Plöcke setzt, oder? Ich glaub, ich hab am Ende ja nicht alles mit TNT hoch Alter, warte, wie hieß der Block noch, wie hieß der Block? Also wenn das bis dahin... wie viel sind? Eins, zwei, drei, müssten das sein? Drei, sechs, also das dreifach... Hast du den Block schon? Also niemand weiß zufälliger... Ah, doch Heißt das? Auf jeden Fall hört's glaub ich mit Block auf Ach nein, das interessiert Florian sowieso nicht Wie heißt das Ding? Das Leuchtfeuer... Damals heißt er Blicken Block... Ähm... Du musst da so, ähm... Warte mal, wie heiß das Ding, warte Leuchtfeuer Ja What the fuck? Hä? Wieso war schnapp in die Bedrohide, wenn ich hier fang war? Ähm, du musst da so ne... so ne... so ne Eisen... Ja, du musst da ein Eisen gedöhnt... ne Eisenpyramide drunter bauen Oder Goldpyramide oder sowas? Oder irgendein... ja... aus irgendeinem Edelmetall Ach so, okay So, dann weiß ich jetzt bestimmt was wir meinen Ja, ich weiß was ihr meint Ei... Was uns zugehört? Eisen... Eisen... Lock da Ja, was? Obviamente meine... Wie gesagt, jeder tut ne Statue... jeder tut ne Statue von sich selber bauen, ne? Ach, wie viel, wie viel muss ich denn da hin bauen, da drunter? Keine Ahnung, schon ne bisschen was Bisschen, ja Also, eigentlich nicht viel Ein bisschen was, aber eigentlich nicht viel Ne Hat ja mir vor allem echt viel geholfen Ja Auf je Ich mach's... ich mach's gerade auch Aber wie gesagt, ne, jeder muss ne Statue von sich bauen Also, so als kleine Vererwägung Na, so als kleine Vererwägung Na, so als kleine Vererwägung Oh Gott, warte Können Sie ja... ihr könnt ja eure... Boah, warte mal ich Ich? Ne, nicht du Ich baue direkt... ich baue direkt... Ich baue direkt... ich... Ja, ihr könnt ja eure... Ihr könnt ja vielleicht eure Statuen neben mich bauen Ah, jetzt funktioniert Das ist aber geil Was ist jetzt? 3x3 oder was? Kann man das auch... muss man auch nach oben... Kann man... kann man das nur nach oben setzen? Oder kann man das auch nach vorne setzen? Scheiße, ich bin endlich fertig Äh, das kannst du ja auch... Yeah, da ist ja... Das kannst du nach oben setzen Glaub ich Set... Null Scheiße, weggemacht Wie lang seid ihr in der Aufnahme? Alter, ich... ich baller da rein Äh, bis jetzt sind wir schon in der Aufnahme Äh, weiß ich zuverlässer Irgendjemand, wie man das macht, dass das... Ach, Taglichtsensor Okay, ich hab's gefunden Braucht mir niemand erklärt Warte... So, dass nicht jeder Bild drauf losbaut Okay Indem ich hier Scheiße bau Ja, das hab ich schon gemerkt Ja, Florian baut ja gar nicht BDR, was machst denn du? Ja, keine Ahnung Ich reiß'n bisschen die Erde auf Reiß'n bisschen die Erde auf Warte, warte drauf drauf Der Florian, der tut ja eh nichts Spawn, der kommt ja immer nur zu mir und drauf zu Ich baue, ich baue den Spawn gerade Ach, du brauchst den Spawn, das Spawn ist schon immer da Was denn? Du lass'n, jetzt hau ab Lass mich hier bauen, ich möcht' den Spawn bauen Äh... Komm, wuchst du in der Scheiße nicht? Powershark Hau ab jetzt Ähm, gib mir mal bitte OP Okay Ich weiß nicht, was ich machen soll Wir bauen können So planlos Okay Okay, ich kann hier bauen AHHHHH, ich weiß jetzt, ich glaube ich Nicht hier, hier baue ich den Spawn Äh, du kannst mal die Brücke lang fliegen Waffen raus Welche Brücke denn? Na, die fette Brücke, die fette Straße Welche Brücke denn? Man sieht sie fast gar nicht Oh, ich brauche noch irgendein Edelmetall Warum Brücke? Das ist schon ganz genau die Straße Ja, ja, Straßebrücke, Nap, fliegt einfach mal lang Ganz hinten bin ich Verewege mich schon auf dem Map Ab suche Wie viel Skoll habt ihr überhaupt gemacht? Bisschen was 24.000 Blöcke Warte mal Okay Du könntest empfehlen, was ich baue, ne? Oh, ja Moment Äh, bin ich blöd? Ja Warum funktioniert das nicht? Weil du blöd bist Guck doch, das muss doch funktionieren Ja Wie das nicht jeder? Das Spiel scholt mich Alter, das Spiel ist Danny Burnage Alter, das Spiel ist Danny Burnage Komm, fick dich Soll Warte, da ist ein Schwarz Okay, gut Jetzt wissen wir, wie das funktioniert Das muss doch so funktionieren Oh, ähm Goldballer Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll Guck mal Guck mal, was ich gebaut habe Guck mal, voll unnötig Guck mal Guck mal Auf jeden Fall voll unnötig So Geht das eigentlich auch durch LOLL Ich bin hinter der Erde gefangen Nein Normal, Tim Alter Ich lasse mich hier raus Dreck spielen Tim, dann tut mir So, was mache ich jetzt? Ich gehe, ich Bewerf Flo mit einem Ding, mit einem Eisenhelm Wir lassen alle Schneeballe nehmen und alles vorabwerfen Ja, okay, warte War ein Choke, ne? So, so, einen kleinen Weg Fuck Schleuder an deinem Server Eigentlich hätte der Massen darf keine OP-Rechte kriegen Ich habe Sinn und was Warte 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 Warte, du hast mir die OP-Rechte zuerst gegeben Ja, schon Niemals, dass mein PC gehackt Warte 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 Warte, der Weg ist richtig fail Warte Warum ist der Weg fail? Mein Leben ist fail, mehr ist nicht fail Warte 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 Gebt